Und nächste Woche bei PRINCE CHARMING. Lieber Thomas, endlich mal einen Tag mit Kim. Komplett alleine. Oh, wow. Hallo. Ich hoffe halt, dass sie vielleicht auch nicht so intim werden, wie wir es waren. Blasen auf jeden Fall. Bei mir staut sich's langsam. Uch! True. Es ist immer irgendwie so ein bisschen, als wäre das was verboten ist. Ich bin wirklich ratlos, wer gehen soll.